einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer unbedingt und ich begrüße euch zum neuen angezockt diesmal road 96x0 das spiel wurde mir zur verfügung gestellt um es mal anzuzocken und euch zu zeigen ich hab noch keine ahnung was uns erwartet das ist ein bisschen naja geht halt nur mit an hat man kann sie drückt halten oder halt so mit einer lustigkeit und kann halt nicht genau also muss man die zeit ziemlich weit schnell vor zurück wenn man das macht hdr hat es nicht dadurch kann ich auch mit kamera übertragen sprache deutsch untertitel an spiel und willkommen to a very special sonia show i'm here in white sands petria's most luxurious community where in the upcoming days president tyrak is set to make a big announcement from presidential park will it be to announce his candidacy for the upcoming election and will the black brigades the same terrorist group responsible for the attack at the wall in 86 try to interfere cowards you'll just have to tune in here to gnn to find out what's that oh my i've just received word that a large sandstorm is set to hit white sands in only a few days as well if you recall the last sandstorm to hit white sands sandstorm colton extensive damage but don't worry authorities have confirmed all precautions will be taken to assure nothing like that occur again white sands what a truly wonderful place to live and i would know like president tyrak himself i'm a resident too and that has been your sonia show totally yes actually see you real 짜 loosely yiğ结en f Ukraine a firewall Oh, was mit Skierpots? Das ist eher was von meiner Tochter. Oh, was mit Skierpots? 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 So genau, wenn er in die Brücke zu spielen wird. So wäre er schön. Ja! Woher? Ja! Woher? Ja! Oh, Scheiße. Felschenknoppe durch. Oh, Mist, wieder felschenknoppe durch. Ich würde springen. Wunder. Springen. Ach, dann quatsch wieder am Rutschen. Ach, bin doof. Runter. Sprengen, runter. Sprengen. Runter. Ach, do I have a normal. Uff. 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 Der neue Rekord ist der einzige Rekord. Storyfort. Die Leute sind in Stirling-Vortzettel. Zoe! Zoe, didn't we say you were gonna stop playing that thing? Oops, guess I forgot, sorry. Oh, yeah, I've lived here. There are four statues of the president, but this must be the oldest one. Yeah, and pre-White Sands, you know? Seriously crazy, all that's happened in two years. No, we became best friends, as unlikely as that is. And I felt bad for you. See, it's just... Aya, I mean, she was my best friend, before you, anyway. All the drilling, the pollution, it took her so quick, man. I barely had the chance to say goodbye. She's never coming back, you know? Never again. She's gone. Effin' cancer. Effin' Petrian oil. Anyway, thanks for listening. I forgive you for blasting my eardrums. Yeah, I guess we all got our demons, huh? See, you were at the wall in 86. You saw all that go down. So messed up. Okay, also, so wie it aussieht, müssen wir Sachen finden. Und ich denke mal, wie wir jetzt mit dem Skateboard gesehen haben. Oh, you need to talk to somebody, before all that eat you up inside. So, wer jetzt, äh, krummelt. Also, denke ich mal, dass wir vielleicht hier in der Stadt unterwegs sind. So, so. That's what GNN and Sonia Sanchez say. Okay. Yeah, of course it is. Attention, citizens. Works are ongoing in the residence. Hey. Sounds like they're setting up the park stage. Probably for something lame like a little Tyrax concert. Oh, so butterweich. Oh, so butterweich. Oh, so butterweich. Okay, so butterweich. Okay. Okay. die extra auch Ja, genau. Du kannst mich nicht einfach machen. Probierst du sie irgendwo in deinem Raum haben. Werenst du zu einem Konzert mit deinem Vater gehen? Als dein best Freund, das ist mein Job. Es ist immer so weird für mich, dass dein Vater der Minister der Öl ist. Opa. Oh, ich bin sicher, dass es so. Anyway, ich muss gehen. Ich bin supposed to meet my mom in der Square. See you later, Zee. Later, Kay. Say hi to your mom. Will do. Oh, und check out the tape I left you. Sure, man. Catch you later. Spielen, spielen. Spielen, spielen. Spielen, spielen. Spielen, spiel Dai-Do. wnsiram. Musik- Все. Ich bin schiller. See you later, Kai. Sehr guter und schw assistir." Send sich Murphy zu 50. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah gut, die Punkte ziehen zusammen. Hier geht's rüber. Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Trinken. 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 Das ist gesperrt. 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 Der ist gesperrt. Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Musik. braut Ich rufe... Hier ist es. Wie ich das auch alleine verwenden kann. Wie geht es? Wie geht es? Wir sind fast bereit? Fast bereit, Herr. ZOE! Mein Lieber! Ich bin fast bereit, Herr. 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 Warteher! Ich bin fast bereit, Herr. Mhm. Anyway, we just can't be too careful these days. Their numbers are growing. No, sir, we cannot. The threat is real. The threat is real. Oh, yeah, that's the surveillance camera, all right? Yeah. 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 Die Gäste! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach, das ist... Das kann nur eher, glaube ich. 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 Das kann nur, glaube ich. Das kann nur eher, glaube ich. Das kann nur, 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 glaube ich. große opel Ja. Ja. Colton hat gesprochen. You may stay if you give me a push that is both firm and gentle. Colton would like you to push him. This is quite an honor. You will find pushing Colton to be life altering. As long as you push me in a rhythmic manner, we should be just fine. I approve wholeheartedly. More altitude. More altitude. I approve wholeheartedly. Oh. Now it's on the floor. I just flew, didn't I, Frank? Wait till father hears about this on his answering machine. Zee, over here. Okay, now it's going on. Are you sure they used to babysit? Uh, yeah. That's the surveillance camera, alright. Guess not, Zee. So, uh, Steve was saying something about a toy you once had? You know, that very detailed palace toy that Tyra gifted to all Oasis Villa residents. Can I see it? So what? Come on, let's go. Later, Steve. Later, Kaido. Hold up, your dad. If he sees me, we're both in trouble. Wait, who's the dude with the mustache? Anyway, how are we gonna get past them? Godspeed, Zee. Thank you. I'm sorry, buddy. Get down. I'm sorry, buddy. We'll do it here. I see a good move. I'm alright. I'm not ready. No, I don't. You want me to go. I'm not gonna be fine with you. Dude, uh, I need you to distract your dad, see? Remember? Die Flas noch ein Tag hier? Ich bin schon ja, wie 40 Minuten. So, ich sage, das reicht aber auch schon. Es wird angezockt. Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich jetzt davon so halten soll. Diktatur. Die lehnen sich auf. Also ich bin, ehrlich gesagt, bin gespannt, was da noch kommt. Und vor allem, man kann auch viel sammeln. Man kann Aufkleber sammeln, die Tapes sammeln und so. Und man muss die Freundschaft da oben festigen, wie es aussieht. Haus, also Vertrauen. Oh, das habe ich noch gar nicht geguckt. Da ist ihr Schlafzimmer. Ah, ha, ha. Deine Klamotten dran. Hier ist alles zu. Ich bin schon viel zu lange dabei. Soll ja nun angezockt sein. Damit würde ich das hier auch erstmal abbrechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Vielleicht machen wir das im Stream auch mal weiter. in einer ruhigen Minute, weil das ist jetzt nicht so hektisch. Das ist etwas ruhigeres. Und ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Na hoi. Das hat euer Odin.